Der Narr liest Polaris von H.P. Lovecraft Im nördlichen Fenster meiner Kammer glüht der Polarstern mit unheimlichem Licht. All die langen höllischen Stunden der Dunkelheit hindurch strahlt er dort. Im Herbst, wenn die Winde des Nordens fluchen und wimmern und die rotblättrigen Bäume des Sumpfes in den frühen Morgenstunden miteinander flüstern unter der abnehmenden Sichel des Mondes, sitze ich am Flügelfenster und betrachte jenen Stern. Von den Höhen herab wirbelt die glitzernde Cassiopeia, während die Stunden sich dahin schleppen, indessen der große Bär sich schwerfällig hinter den dunstumhüllten Sumpfbäumen erhebt, die im Nachtwind schwanken. Kurz vor Morgengrauen blinkt Arcturus rötlich über dem Friedhof auf dem flachen kleinen Hügel, und das Haar der Berenike schimmert sonderbar und weit entfernt im geheimnisvollen Osten. Doch noch immer grinst der Polarstern von derselben Stelle im schwarzen Himmelsabgrund herab und zwinkert scheußlich wie ein irres, wachsames Auge, das eine merkwürdige Botschaft zu übermitteln trachtet, sich jedoch an nichts erinnert als daran, dass es einst eine Botschaft zu übermitteln hatte. Zuweilen, wenn es bewölkt ist, vermag ich zu schlafen. Gut entsinne ich mich der Nacht des großen Nordlichts, als über dem Sumpf das erschütternde Blitzen des demotschen Lichtes spielte, nach dem Leuchten kamen Wolken auf, und dann schlief ich. Es war unter der abnehmenden Sichel des Mondes, als ich die Stadt zum ersten Male sah. Still und schläfrig lag sie da, auf einem eigenartigen Plateau, in einer Senke zwischen merkwürdigen Gipfeln. Aus totenbleichem Marmor waren ihre Mauern und Türme, ihre Säulen, Kuppeln und Pflaster. Auf den marmornen Straßen standen marmorne Pfeiler, die gemeißelte Bildnisse ernster, bärtiger Männer trugen. Die Luft war warm und regte sich nicht. Und darüber, kaum zehn Grad unter dem Zenit, glühte jener wachsame Polarstern. Lange blickte ich auf die Stadt, doch der Tag kam nicht. Als der rote Aldebaran, der tief am Himmel blinkte und doch nie unterging, ein Viertel seines Weges am Horizont entlang gekrochen war, sah ich Licht und Leben in den Häusern und auf den Straßen. Gestalten, seltsam gekleidet und doch edel und mir vertraut, wandelten im Freien, und unter der abnehmenden Sichel des Mondes sprachen Männerweise in einer Sprache, die ich verstand, obgleich sie keiner glich, die ich je gekannt hatte. Als der rote Aldebaran die Hälfte seines Weges am Horizont entlang gekrochen war, herrschten wieder Dunkelheit und Schweigen. Als ich erwachte, war ich nicht länger derselbe. In mein Gedächtnis war der Anblick der Stadt eingebrannt, und in meiner Seele war eine andere und undeutlichere Erinnerung aufgestiegen, über deren Wesen ich mir damals nicht im Klaren war. Danach erschaute ich in den wolkigen Nächten, in denen ich zu schlafen vermochte, häufig die Stadt, zuweilen unter den heißen, goldenen Strahlen einer Sonne, die nicht unterging, sondern tief am Horizont kreiste, und in den klaren Nächten blinzelte der Polarstern bösartig wie nie zuvor. Allmählich stellte ich mir die Frage, welcher Platz mir zukommen mochte in jener Stadt auf dem eigenartigen Plateau zwischen den merkwürdigen Gipfeln. Anfangs damit zufrieden, die Szene als bloß betrachtende, körperlose Wesenheit zu schauen, wollte ich nun meine Beziehung zu ihr bestimmen und meine Meinung kundtun inmitten der ernsten Männer, die jeden Tag auf den öffentlichen Plätzen miteinander sprachen. Ich sagte mir, dies ist kein Traum, denn wie könnte ich die größere Wirklichkeit jenes anderen Lebens in dem Haus aus Stein und Ziegel südlich des finsteren Dumpfes und des Friedhofs auf dem flachen kleinen Hügel beweisen, wo der Polarstern jede Nacht in mein nördliches Fenster späht? Eines Nachts, als ich dem Gespräch auf dem großen Platz mit den vielen Standbildern lauschte, spürte ich eine Veränderung. Ich nahm wahr, dass ich endlich über eine körperliche Gestalt verfügte, auch war ich kein Fremder mehr auf den Straßen von Olatou, das auf dem Plateau von Sarkia zwischen den Gipfeln Noton und Kadifonek liegt. Es war mein Freund Alos, der da sprach, und seine Rede erfreute meine Seele, denn es war die Rede eines wahren Mannes und Vaterlandsfreundes. In jeder Nacht kam die Nachricht vom Fall Daikos und vom Vormarsch der Innothos, untersetzte höllisch gelbe Schurken, die vor fünf Jahren aus dem unbekannten Westen aufgetaucht waren, um die Grenzen unseres Königreiches zu verheeren und viele unserer Städte zu belagern. Da sie die befestigten Ortschaften am Fuße des Gebirges eingenommen hatten, lag ihnen der Weg zum Plateau nun offen, sofern nicht jeder Bürger ihnen mit der Kraft von zehn Männern Widerstand leistete. Denn die untersetzten Kreaturen waren beschlagen in der Kunst des Krieges und kannten nicht die Skrupel der Ehre, die unsere großen grauäugigen Männer von Lomar von rücksichtslosen Eroberungen abhielten. Alos, mein Freund, war Befehlshaber aller Streitkräfte auf dem Plateau, und auf ihm ruhte die letzte Hoffnung unseres Landes. Bei dieser Gelegenheit sprach er von den bevorstehenden Gefahren und ermahnte die Männer von Olatow, die tapfersten der Lomarianer, die Tradition ihrer Ahnen fortzuführen, die, als sie sich gezwungen sahen, vor dem Herannahen der großen Eisdecke gen Süden zu fliehen, sowie auch unsere Nachkommen eines Tages aus dem Lande Lomar werden fliehen müssen, kühn und siegreich die haarigen, langarmigen, kannibalischen Gnoffeks beiseite fegten, die sich ihnen in den Weg stellten. Mir selbst versagte Alos die Rolle des Kriegers, denn ich war schwach und neigte zu merkwürdigen Ohnmachtsanfällen, wenn ich mich Anstrengungen und Härten aussetzte. Doch waren meine Augen die schärfsten der ganzen Stadt, ungeachtet der langen Stunden, die ich jeden Tag dem Studium der pnaknotischen Manuskripte und der Weisheit der zubnarischen Väter widmete, weshalb mein Freund, der mich nicht zur Untätigkeit verdammen wollte, mich mit jener Aufgabe auszeichnete, die an Wichtigkeit keiner anderen nachstand. Er sandte mich zum Wachturm von Tappnen, wo ich als Auge unseres Heeres dienen sollte. Würden die Inotos versuchen, die Zitadelle über dem schmalen Pass hinter dem Gipfel Noten einzunehmen, um auf diese Weise die Garnison zu überraschen, so sollte ich ein Feuerzeichen geben, das die bereitstehenden Soldaten warnen und die Stadt vor einer unmittelbaren Katastrophe bewahren würde. Allein bestieg ich den Turm, denn jeder Mann von kräftigem Wuchs wurde in den Pässen dort unten gebraucht. Mein Hirn war arg benebelt von Aufregung und Erschöpfung, denn ich hatte seit vielen Tagen nicht mehr geschlafen. Doch meine Entschlossenheit war fest, denn ich liebte mein Heimatland Lomar und die marmorne Stadt Olatot. Doch als ich in der höchsten Kammer des Turmes stand, erblickte ich die abnehmende Sichel des Mondes, rot und finster, die zwischen den dünsten zitterte, die über dem fernen Tale von Bahnhof hingen. Und durch eine Öffnung im Dach glitzerte der fahle Polarstern, flackerte, als wäre er lebendig und blickte bösartig wie ein Unhold und Versucher. Mir war, als flüsterte sein Geist böse Ratschläge, als lockte er mich in den verräterischen Schlummer mit einem verdammenswerten Versprechen, das er wieder und wieder rhythmisch vorbrachte. Schlummre, Wächter, bis die Sphäre, zum Zeitpunkt, da ich wiederkehre, gekreist ist 26.000 Jahre, zurück zum Ort, wo ich nun war. Andere Sterne werden sich erheben, hoch zur Himmelsachse streben, Sterne zum Trost und Sterne zum Segen, die in dir Süßes Vergessen erregen. Erst, wenn meine Bahn vollendet ist, die Vergangenheit dich stört mit List. Vergeblich rang ich mit meiner Schläfrigkeit und versuchte, diese sonderbaren Worte mit der Himmelskunde in Verbindung zu bringen, die ich aus dem pnaknotischen Manuskripten gelernt hatte. Mein Kopf, schwer und schwindelig, fiel matt auf meine Brust, und als ich das nächste Mal aufblickte, geschah es in einem Traum, und der Polarstern grinste mich durch ein Fenster über den schrecklichen, schwankenden Bäumen eines Traumsumpfes an. Und noch immer träume ich. In meiner Schande und Verzweiflung schreie ich zuweilen unbändig, flehe die Traumgeschöpfe in meiner Umgebung an, mich aufzuwecken, ehe die Inotos den Pass hinter dem Gipfel Noten hinaufschleichen und die Zitadelle im Sturm nehmen. Doch sind diese Geschöpfe Dämonen, denn sie lachen mich aus und sagen mir, ich träume nicht. Sie verhöhnen mich im Schlaf, während der untersetzte gelbe Feind sich still an uns heranschleicht. Ich habe meine Pflicht versäumt und an der marmornen Stadt Olatou Verrat geübt. Ich habe mich gegenüber Alos, meinem Freund und Befehlshaber, als treulos erwiesen. Doch noch immer verspotten mich jene Schatten meiner Träume. Sie sagen, es gebe gar kein Land, Lomar, außer in meinen nächtlichen Fantasien, dass es in jenen Reichen, wo der Polarstern hoch am Himmel steht und der rote Aldebaran tief am Horizont kriecht, seit tausenden von Jahren nichts als Eis und Schnee gegeben habe und keine Menschen außer untersetzten gelben Kreaturen geplagt von der Kälte, die sie Eskimos nennen. Und während ich in meiner schuldbeladenen Qual zittere, panisch darauf bedacht, die Stadt zu retten, deren Bedrohung mit jedem Augenblick anwächst, und vergeblich versuche, diesen unnatürlichen Traum von einem Haus aus Stein und Ziegel südlich eines finsteren Sumpfes und eines Friedhofes auf einem flachen kleinen Hügel abzuschütteln, grinst böse und ungeheuerlich der Polarstern aus dem schwarzen Himmelsabgrund hernieder und zwinkert scheußlich wie ein irres, wachsames Auge, das eine Botschaft zu übermitteln trachtet, sich jedoch an nichts erinnert als daran, dass es einst eine Botschaft zu übermitteln hatte.